Es gibt Runden, die sind absolut verträglich mit Artgenossen und es gibt Hazel. Hazel ist einer von den Runden, die ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. Die Hazel und die Birgit sind schon eine Weile hier im Revier für Runde im Coaching. Wir haben schon ein paar Stunden mit der Lisa gemacht und jetzt heute wollte ich mir mal anschauen, wie denn so die Entwicklung ist bei den beiden. Hi Birgit. Hallo Anni. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist ja eigentlich eine längere Geschichte mit Hazel. Klär mich bitte noch mal auf. Wann hat das Verhalten von Hazel angefangen, dass sie irgendwann entschieden hat, ich finde andere Hunde scheiße. Ich sage es mal ganz blatt. Ja, es hat angefangen nach einem Angriff von einem Nachbarhund. Auf unserem eigenen Grundstück war sie angeleint. Der Nachbarhund kam rüber und wollte sie massiv attackieren. Selbst als mein Mann sie auf den Arm genommen hat, ließ der andere Hund nicht aus und da hat sie irgendwie einen Knacks gekriegt. Und seitdem waren wirklich alle und wie du sagst scheiße. Wie lange ist das her? Fünf Jahre jetzt fast. Das ist schon lange, ne? Leider ja. Das heißt, du bist jetzt mit Hazel oder ihr seid die ganze Zeit unterwegs und ihr habt Laienbegegnungen und findet ihr ziemlich bescheiden? Richtig bescheiden, finden wir alle. Spaziergänge sollten ja eigentlich harmonisch sein. Sprich, wir kommen von der Arbeit nach Hause, sind gestresst und gehen dann in den Spaziergang, um uns zu entspannen. Ich kenne viele Leute, die gehen nur zu bestimmten Uhrzeiten, die überlegen sich ganz genau, welche Straße sie gehen, an welchem Park sie vorbeigehen. Manche erzählen mir sogar, am liebsten gehe ich ja im Regen abends im Dunkeln spazieren. Ach, dann bin ich und mein Hund so glücklich. Das ist eigentlich nur ein Vorwand, weil wenn sie über Tag bei Sonnenschein gehen, treffen sie zu viele Leute und haben zu viel Stress. Kennst du das? Ja, genau so ist es bei mir auch. Also ich gehe wirklich zu Tageszeiten, wo ich weiß, es kommen mir ganz wenige oder gar keiner entgegen tatsächlich. Oder ich gehe eine andere Strecke. Ja, so ist es bei mir auch. Und für mich ist ein schöner Spaziergang, wenn ich keinen anderen Hund gesehen habe. Okay, eigentlich schade. Finde ich auch. Ich finde das sehr, sehr traurig, dass wenn man mit seinem Hund unterwegs ist, möchte man ja eigentlich auch auf andere Hundehalter treffen, ein bisschen klönen, ein bisschen Spaß haben. Im besten Fall laufen die Hunde noch frei, spielen miteinander. Man geht nach Hause und kann seinem Partner berichten, ich hatte Leidenbegegnungen und alles war harmonisch, alles war toll. Jetzt bist du ja schon eine gewisse Zeit hier im Coaching auch mit der Lisa. Und was hast du bisher mitgenommen? Was hat sich verändert? Und ist die Beziehung jetzt anders geworden zwischen dir und Hazel? Anders würde ich nicht sagen. Ich weiß nur, anders damit umzugehen, wenn eine Begegnung da ist. Nur halt ist das bei mir mit dem Umsetzen leicht schwierig mitunter. Also ich versuche es, aber das alte Muster bei mir ist natürlich auch noch da. Ja. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, bist du die Chefin, bist du die Freundin oder bist du einfach nur Beiwerk von Hazel? Wie siehst du dich? Zwischen Beiwerk und Freundin, aber nicht als Chefin. Chefin bist du nicht? Warum glaubst du, dass es viel, und da bist du ja nicht alleine, da gibt es viele Leute, die das kennen, warum glaubst du, dass es viele Menschen gibt, die ihre Hunde nicht durch bestimmte Situationen führen können? Was ist das? Also ich für mich kann nur sagen, ich habe es nie gelernt. Sie ist mein erster Hund und für mich ist es schwierig, das umzusetzen tatsächlich. Ich meine, wenn ich damit groß geworden wäre, wäre es vielleicht einfacher. Jetzt fällt mir ja schon auf. Sie macht, was sie will. Und dir fällt es auf. Ja, ja, klar. Dass du also spürst. Ja, und das ist das, was ich meine, verstehst du? Sie setzt sich einfach durch und sagt, ach, ich will jetzt da hinten rüber. Genau. Und dann läuft einfach mit. Ach ne, ich will da rüber. Ja, dann gehe ich halt da rüber. Und das ist letztendlich sehr fürsorglich im Sinne des Hundes, dass er einen Spaziergang hat, bei dem er machen kann, was er will. Ja. Wenn er jetzt ohne Außenreiz, sprich ohne andere Hunde, schon so dicht durch die Gegend zieht, dann wundert es ja nicht, dass wenn jetzt ein anderer Hund kommt, dass Hazel dann macht, was sie will. Weil du bist ja nicht wirklich mit ihr verbunden. Und da arbeitet ihr ja gerade dran, dass diese Verbindung, die Beziehung ein Stück weit harmonischer oder auch, ja, ich sag mal, berechenbarer wird. Ja. Weil sie ist ja nicht berechenbar. Die kann ja jetzt hier so rumlaufen und schnuppert und schnuppert und dann kommt ein anderer Hund und dann flippt die komplett aus. Ich habe sie ja schon erlebt. Das ist ein Sauass. Ja. Ich habe sie auch im Revier für Hunde schon erlebt. Also wie sie versucht, auf andere Hunde zu attackieren. Die gockelt extrem viel rum, die schacht dann auch und die macht sich richtig groß und legt sich wirklich mit allen. Die will sich mit allen Hunden anlegen. Ich glaube zum Beispiel fest daran, dass es bestimmte Hunde gibt, die einfach dafür prädestiniert sind, eine große Klappe zu haben. Sie kommen halt nur nicht dazu. Okay. Weil sie in unserer Gesellschaft diese große Klappe nicht leben dürfen. Jetzt gehen wir mal hin. Die Hazel ist ein Straßenhund. Ja. Die läuft irgendwo in Portugal, in Rumänien, sonst wo auf der Straße rum, vorausgesetzt. Der Mensch lässt sie in Ruhe. Ihr passiert nichts. Sie kennt sich im Straßenverkehr aus oder sie lebt irgendwo ländlich und ist einfach Straßenhund, so ein Streuner. Oder vielleicht sogar ein Besitzerhund. Sie kann selber Entscheidungen treffen und ist ein erwachsener Hund, der sich bestens auskennt, auch in der Kommunikation mit Artgenussen. Was glaubst du, wie sie wäre, wenn sie draußen auf der Straße leben würde? Die kommt wunderbar zurecht. Ja, aber was wäre sie für ein Typ? Wäre sie eher so jemand, der sagt, auch wenn irgendwo eine Party ist oder eine Schlägerei, da halte ich mich raus? Oder sagt sie, halt ich bin die Erste, die da ist, wenn irgendwo Stress ist? Also wäre sie immer da in dem Viertel unterwegs, wo ein bisschen Randale sind? Ja. So eine Hausbesetzerin oder so? Ja. Kleiner Punk. Ja. So, ne? Genau. So sehe ich sie auch. Jetzt musst du dir mal überlegen, dass sie durch diese Erfahrung gelernt hat, Hunde sind doof, aber ich glaube trotzdem, dass sie schon die Voraussetzung in sich trug, eine Persönlichkeit zu sein. Es gibt so Hunde, die haben es nicht und es gibt Hunde, die haben diese Persönlichkeit. Jetzt kann sie ihre Persönlichkeit nicht ausleben. Sie wird eigentlich ständig unterdrückt in ihrem Wesen. Ja. Gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt bist du sehr mütterlich zu ihr. Weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist diese Kombination aus, der Hund hat eigentlich, ich will es nicht so direkt sagen, aber ich sage es, der Hund hat solche Eier und läuft so und macht die Runde an, auch beim Spaziergang und du bist daneben so, du sagst ja so eine Mischung als Beiwerk und Freundin und das reicht nicht aus, um sie durch bestimmte Situationen zu führen. Das ist das große Problem. Sie nimmt dich nicht ernst. Ja, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass sie mit dir so eine Beziehung hat, die so ziemlich auf einer emotionalen Ebene stattfindet. Ich glaube, wenn ich Mäuschen wäre bei euch zu Hause, da ist sie bestimmt auch, sie kann bestimmt eine ganz andere sein. Also wenn die zu Hause ist und Maulkorb ist aus, Leine ist weg, Geschirr ist weg und du liegst mit der irgendwie auf dem Boden. Ist sie eine Schmusekugel? Oh ja, extrem. Sie fordert es auch extrem ein. Also wirklich. So und das ist halt Jekyll und Hyde. Auf der einen Seite dieser absolut verträgliche Schmusehund und auf der anderen Seite geht man raus und sagt sich, boah, das kann nicht wahr sein, dass ich so einen Hund an der Leine habe. Wenn du aber jetzt auch schon sagst, sie fordert das ein, dann fordert sie ja wieder etwas ein und bekommt es. Deshalb ist es auch wichtig, dass man zu Hause hinschaut. Wie viele Freiheiten hat der Hund? Wie wenig Grenzen hat er? Was lasse ich zu? Und was nicht? Wie schmust man mit ihr? All diese Dinge darfst du natürlich mal bei dir selber beleuchten. Ich finde, man gibt Hunden immer ganz viel Aufmerksamkeit, wenn man zu wenig Zeit für sich hat. Ich merke das selber bei mir immer bei meinen Hunden. Umso mehr ich gefühlt zu meinen Hunden schicke. Umso mehr merke ich, ich kümmere mich nicht ausreichend um mich. Ich bin aber auch eher so der Geber als der Nehmer. Kennst du das? Es gibt ja so Nehmertypen und so Gebertypen. Ich bin eher so ein Gebertyp. Ich gebe gerne, ich habe gerne Harmonie. Ich möchte auch haben, dass die Menschen um mich herum glücklich sind, die Hunde um mich herum glücklich sind. Und wenn man eher so der Nehmer ist, dann hat man auch entsprechend Hunde um sich rum. Jetzt habe ich neun Stück. Wenn die sich natürlich so verhalten würden, wie sie an der Leine, hätte ich ein massives Problem. Da bin ich ganz klar auch in einer ganz konsequenten Haltung und sage mir, wenn ich mit euch rausgehe, können wir zwar zu Hause schmusen und Spaß haben, aber wenn wir rausgehen, dann gibt es bestimmte Regeln und bestimmte Grenzen. Wenn du das nicht umsetzen kannst, dann hat man ein Problem. Mein neuer Online-Kurs, der harmonische Spaziergang, ist ab sofort verfügbar. Hast du auch Probleme bei deinem Spaziergang? Zieht dein Hund an der Leine? Ist er schlecht abrufbar? Oder pöbelt er ständig mit Artgenossen rum? Dann bist du bei meinem neuen Kurs genau richtig. Schau einfach hier unten in der Videobeschreibung. Dort findest du mehr Informationen über meinen neuen Kurs. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Was glaubst du, wie schaffst du es, Stück für Stück, dem näher zu kommen, dass du für Esel die Person wirst, die diesen Hund durch bestimmte Situationen führen kann? Das ist für mich auch ein sehr langer Prozess, denke ich mal. Ich muss wirklich lernen, aus dem alten Trott rauszukommen und vielleicht auch ein Stück weit mehr Vertrauen in mich selber zu kriegen, dass ich es hinbekomme. Ach ja, da ist es wirklich schwierig. Es ist schwierig, es umzusetzen. Es ist schwierig, diesen Startschuss zu setzen, dass man es macht. Beides. Ich glaube, beides. Ich meine, ich kenne das ja selber, ich bin ja auch in Verhaltensweisen festgefahren. Richtig. Und wenn man die dann verändert, verändert sich auch das Umfeld um einen herum. Wir können jetzt natürlich sagen, die Hazel, die ist, wie sie ist. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn du dich verändern würdest, nicht für den Hund, sondern für dich, dann wirkt das ja nicht nur auf den Hund, sondern es hat ja sofort eine Auswirkung auch auf alles, was dich umgibt. Es gibt Menschen, die sind mit ihren Hunden so in einer Gefangenschaft, dass, wenn man sie befragt, dass man dann rausfindet, dass die auch in anderen Situationen des Lebens in der Gefangenschaft sind. In der Beziehung, Arbeitsleben, Schwiegereltern, mit körperlichen Beschwerden, all diese ganzen Dinge. Wenn man das dann anspricht, dann merkt man erst mal, ach, okay, wenn man da an bestimmten Punkten so kleine Veränderungen setzt, dann wirkt sich das auch auf die Mensch-Hund-Beziehung raus. Und ich glaube, ich bleibe dabei, sie ist eine ganz Starke, sie ist eine ganz Selbstbewusste. Ich finde sie sehr prollig auch. Das heißt nicht, dass ich sie nicht mache. Nein, nein, nein. Wenn dieses Prolligsein kontrollierbarer wäre, kann sie ja ruhig so bleiben. Man sollte ihr ja nicht den Charakter brechen. Ich bleibe auch bei dem Gefühl, dass wenn sie auf der Straße leben würde, dann wäre sie eine ganz andere Runde. Sie bräuchte diese Prolligkeit, um ihren Charakter auszuleben. Das kann sie jetzt nicht. Und dann kam noch die Weisattacke dazu. Aber ich glaube, grundsätzlich ist sie trotzdem eher ein, sie ist eher so ein Nehmertyp. Sie ist kein Geber. Sie ist ein Nehmertyp. Sie sagt ganz klar, das und das und das bin ich. Und wenn ich das nicht bekomme, dann bin ich auch ziemlich bockig und stur. Und dann darf die Birgit noch lernen, mit mir umzugehen. Grundsätzlich ist sie eine Starke. Ja, total. Total. Ja. Glaubst du manchmal, ich meine, ich weiß, wir lieben unsere Hunde, du liebst deinen Hund, aber glaubst du bist manchmal überfordert mit ihr in den Situationen draußen? Ja, ja, bin ich. Schon. Wünschst du dir einen anderen Hund? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein. Nein, ich liebe sie ja so, wie sie ist. Und ich hoffe ja, dass wir das wirklich Step by Step in den Griff kriegen und es umgänglicher wird in Zukunft. Ich meine, sie ist, sie wird jetzt im Sommer erst sechs. Also wir haben noch ein paar Jahre vor uns, hoffe ich mal. Ja, ja. Und die möchte ich genießen mit ihr. Super. Ja. Ich finde, die Aussage ist klar. Wenn ich diese Frage stelle, möchtest du einen anderen Hund? Dann gibt es Menschen, die dann anfangen zu überlegen. Birgit hat ganz klar gesagt, ne, also ich will sie so, wie sie ist. Aber du möchtest natürlich einen anderen Umgang auch, oder? Mhm. Das ist das Einzige. Das wäre mir wirklich sehr wichtig, dass wir das irgendwann mal, ja, in den Griff gekriegt haben. Und ich dann mal hier stehe und sage, hör mal, guck, es läuft. Ja. Ja, es ist aber der Klassiker, sprich die Leinenbegegnung und der größte Stress, den ihr habt. Ganz genau. Alles andere ist ja relativ harmonisch. Ja. Hast du kleine Fortschritte schon gemacht? Äh, ich sage mal, mal so, mal so, mal so. Mal so, mal so. Also ich meine, es ist kein Tag wie der andere, ganz klar. Ja, ja. Es gibt Tage, da läuft es gut. Ja. Und dann falle ich wieder in ein altes Raster oder auch sie. Und dann ist es geschauelt. Mhm. Leider. Kenne ich bei mir selber auch. Ich habe manchmal Tage, da stehe ich morgens auf und denke, boah, der Tag, der wirft aber echt kein guter. Und dann eine halbe Stunde später merke ich doch, ich glaube, der wirft ein richtig guter. Und ich finde, da sind auch so Schwankungen drin. Bei uns und auch bei den Hunden. Und gerade da brauchen auch die Hundehalter und brauchst du auch das Verständnis für dich selbst, dass es mal läuft und dass es mal nicht läuft. Und gerade die Laienbegegnung betrifft aber tausende Hundehalter. Das beobachte ich schon seit mehreren Jahrzehnten. Das ist das größte Problem, was die Leute haben. Die Begegnung an der Leine mit dem Hund. Und die haben wir jetzt, weil da vorne kommt ein Hund an der Leine. Und? Sie ist auf lauer. Sie ist schon auf lauer? Ganz genau, ja. Was macht das mit dir? Im Moment geht es. Es ist ja noch weit weg. Okay, aber umso näher man kommt, umso mehr... Vielleicht. Wir gucken. Vielleicht schaffen wir einfach da cool dran vorbeizukommen. Komm, wir gehen mal. Nicht mit ihr. Nicht mit ihr sprechen. Nicht mit ihr sprechen. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ausgelichten bleiben. Du bleibst total cool. Der Hund flippt jetzt aus. Sie flippt auch aus. Und stehen bleiben. Stehen bleiben. Und ruhig bleiben. Ruhig. 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 Wie gehen sie da raus? Wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Klassiker, ne? Absolut. Und was mache ich? Guck mal, was ich mache. Ich lächle. Weil wenn ein Hund ausflippt, der andere Hund ausflippt und die Menschen einfach aneinander vorbeigehen und am besten auch noch ausflippen und schlechte Launen haben, das ist keinem mitgeholfen. Nee, klar. Was ich versuche ist, da so eine positive Energie auszubreiten über die Situation. Ich werde jetzt die Hesel mal nehmen, nicht um dir zu zeigen, dass es eventuell klappt, sondern du sollst dir angucken, was ich mache. Damit du dir das abgucken kannst und ich das auf dich übertragen kann. Weil ich wünsche mir, dass du es kannst, nicht dass ich es kann. Ja. Weil du wohnst mit ihr und lebst mit ihr zusammen. Deshalb nehme ich sie jetzt mal und schaue mal, was man machen kann, damit sie cooler durch so eine Situation geht. Ich habe natürlich jetzt auf der anderen Seite echt auch eine Rakete. Was ja gut ist, weil es ist nicht immer so, dass man mit seinem Hund nur an coolen Hunden vorbeigeht. Es gibt auch andere Hunde, die so sind wie Hesel, wie man gesehen hat. Darf ich sie haben? Gerne. Und du guckst einfach nur mal zu. Ja, alles klar. Hey, na Knutschi? Hallo Maus. Hallo mein Schatz. Was ich ja immer mache, ist mich mit dem Hund verbinden, damit wir eine kleine Beziehung aufbauen können, damit sie mir vertraut, wenn wir jetzt da durchgehen. Und das machen wir jetzt mal. Ganz cool. Du bleibst wohl ein bisschen auf Abstand, ja? Wir kommen noch mal, wenn wir dürfen. Grenze. Grenze. Ja. Grenze stehen bleiben. Grenze. Das ist mir super ausgeflutscht, oder? Meine Maus. Meine Maus. Super, Schatz. Das hast du toll gemacht. Das war anstrengend. Das ist anstrengend, Leute. Das ist echt anstrengend für den Hund. Hast du gesehen? Ich habe mich ein bisschen durchgemogelt. Warum? Ich habe da noch nicht mal guten Tag gesagt. Ich war also sehr konzentriert darauf, durch die Situation durchzukommen. Das geht auch cooler. Ja, aber sie ist dann ein ganz anderer Hund, wenn du es machst. Ja, aber ich bin ja auch ein ganz anderer Mensch als du. Und wenn du deinen Job machst, dann kann ich den nicht und du kannst den auch noch nicht so wie ich. Würdest du aber jetzt bei mir einziehen für zwei Monate, drei Monate, vier Monate und du würdest den ganzen Tag nichts anderes machen, dann würdest du irgendwann dich verändern und Hazel würde das auch merken. Das ist der Unterschied. Ich gehe noch einmal vorbei, aber diesmal möchte ich cooler sein, weil ich möchte so ein bisschen da auch mal Hallo sagen können, beim Vorbeigehen und dann bist du dran. Okay? Sarah, wir kommen nochmal, ja? Komm. Guckst du dir an? Achtung. Guck mal, wie ich gehe. Ich habe wieder vergessen, Hallo zu sagen. Ich habe das gemerkt. Ich bin doch schon konzentriert darauf, was ich hier tue. Ist ja auch vernünftig. Ja, aber dann pfeif auf das Hallo. Aber am wichtigsten ist, das Signal zu setzen, wenn der Hund anfängt, sich aufzubauen. Wenn die versucht, darüber zu gucken, zu ziehen und zu fixieren, musst du ein Signal setzen, damit sie da rauskommt. In dem Moment habe ich vergessen, Hallo zu sagen. Jetzt aber. Jetzt sage ich Hallo. Werd ich? 100 Prozent. Ich werde dich dran erinnern. Äh. Hallo. Da war es. Ja, ja. Ne? Ja. Und das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Und jetzt nicht anstecken lassen vor der schlechten Laune. Und Leine durchhängen lassen, ja? Bitte nicht die ganze Zeit jetzt diesen oder am Halsband. Äh. Beim anderen Hund sieht man, der hat ein Halsband an. Da würde ich empfehlen, mit Geschirr und Halsband zu arbeiten. Hier bei Hazel ist es halt so. Und jetzt gehen wir durch. Bei Hazel ist es halt so, dass ich mir das jetzt erlauben kann, sie am Geschirr zu nehmen. Jetzt gehe ich durch und sage auch Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Und Brothel. Ach. Guck mal. Hast du gesehen? Wir kommen in eine andere Ebene. Hallo. Jetzt habe ich aber gegrüßt. Du kannst das auch. Ja. Jetzt lach mich mal mit. Das war super. Ja, das war. Hat sie super gemacht. Du hast das gemacht. Na, sie hat das super gemacht. Nein, ihr beide. Ja, ich kann das ja auch. Ja, ich weiß. Guck mal, jetzt ist sie bei mir. Siehst du das? Ja, ja. Jetzt ist sie da. Ja. Jetzt habe ich sie. Ja. Sie muss schon wissen, wo ihre Grenze ist. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Du machst Wischiwaschi. Ja, genau. Ganz genau. Richtig. Ja. Ziehst du da, ziehst du dich. Ja. Da darfst du ziehen. Jetzt darfst du wieder rumknüttern. Jetzt darfst du wieder den Hund versuchen zu attackieren. Was du brauchst, ist echt das hier. Du musst echt laufen wie auf dem Catwalk. Nee, ohne Scheiß. Du, sie braucht dich total souverän. Und dann echt so, weißt du, so. Ich habe da Bock drauf, da vorbeizugehen. Ich gehe da vorbeizugehen. Und wir gehen so lange da vorbeizugehen, bis du das vernünftig machst. Und das kannst du ihr nur vorleben. Jetzt bist du dran. Vielen Dank. Du gehst nicht los, bevor du mir ein Lächeln schenkst. Das ist sehr verklemmt. Ja, das ist ein Lachen. Du sprichst jetzt nicht mit ihr. Du setzt kurze, klare Signale, wie ein oder ein Schnitten oder ein Hey. Mehr nicht. Okay. Okay? Wir gehen jetzt da vorbei. Sarah, wir kommen noch einmal vorbei, ja? Ja, wir sind dann auch durch. Wir müssen nur noch einmal zurück dann. Und lachen. Lachen, lachen. Ne, das ist nicht lachen, das ist angespannt. Lachen. Super. Hey. Super. Du, na, genau. Und dann wird sie genug. Hervor. Komm her. Komm her. Klo. Nicht. Nicht reiben. Steh auf, steh einfach auf. Steh auf. Wenn sie zu unruhig wird, guck mal auf. Chaka. Hallo. Und dann wieder zu dir. Bom, Ende. Ende mit Waschprogramm. Aufhören. Wieder zu dir. So, jetzt gehen wir noch einmal vorbei, weil wir müssen ja wieder da in die Richtung. Nimmst du sie auf die andere Seite. Und was du noch machst ist, du gehst vorbei und du grüßt. Okay. Aber du bleibst nicht stehen, du gehst einfach weiter. Okay? Okay. Okay. Ich gebe vor, du kannst das alleine. Hallo. Super. Birgit. Geil. 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 Mitbrüßen. Oh Gott. Das wirst du führen. Ein bisschen reiner, das ist der reine Prozess des Grübens. Oh Gott. Weißt du? Wenn du bei dir bist, dann ist der Hund auch bei dir. Glaub es mir. Das ist emotional. Ich weiß. Das ist anstrengend. Komm her. Gut. Baby, ist gut. Ist gut. Ja, schubs mich. Wenn sie zu unruhig wird, steh einfach auf. Steh auf. Und dann guck mal. Dann wird er sofort, tschack, von ihr weg zu dir. Ich finde immer, dass wenn das klappt, ich habe das aber auch, da fließen auch schon mal Tränen. Das ist auch so Erleichterung. Wir sind relativ entspannt. Warum? Weil diese Laienbegegnung gerade sehr gut geklappt hat. Habt ihr gut gemacht. Danke. Reicht aber noch nicht, weil jetzt kommt der nächste Hund. Okay. Und wir schauen mal, wie es da läuft. Na klar. So, sie fängt wieder an zu schleichen. Hey. Hey. Grenst sie ein. Sei klarer in deiner Körpersprache. Tschakka. Ne? Das ist die Grenze. Das hat sie nicht zu überschreiten. Sie sollt sich benehmen. Schick das bitte nach draußen. Okay. Und gleichzeitig lächelst du. Komm. Okay. Na. Nicht mit der Leinen rücken. Sorry. Das bringt nur Stress rein. Aha. Fräulein. Nicht reden. Nicht reden. Du machst das alles super. Du redest nur noch zu viel. Du redest einfach zu viel. Weißt du, Fräulein, sie ist kein Fräulein. Ja. Sie ist in dem Moment, wo sie gerade hier mit dir unterwegs ist, ist sie kein Fräulein. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ey, lass das sein mit diesem Leinen rücken. Ja. Ich kriege die Krise. Danke. Hör auf damit. Bitte nicht daran reißen. Wenn du reißt, dann bekommt der Hund erst recht den Impuls. Jetzt geh ich nach vorne. Jetzt mach ich Stress. Auch dieses Fräulein. Lass es sein. Ey. Lass. Äh. 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 Laber. Laber. Rhabarber. Nein. Klare Signale setzen. Mehr nicht. Und dann so. Pack. Tschack. Zack. Durch. Zack. So. Du hast das super gemacht. Nur hör auf zu reden. Wir haben jetzt gerade gesehen, Birgit hat das hervorragend gemacht. Hazel auch. Nur ein Problem. Birgit hat ein bisschen zu viel gesprochen. Und sie hat einen richtig heftigen Leinenhook gemacht. Und da bin ich strikter Gegner von. Okay. Also bitte den Hund eingrenzen über Signale. Akustische oder eben auch körpersprachliche Signale. In keinem Fall an der Leine reißen. Das ist aber Automatismus. Da mache ich der Birgit keinen Vorwurf. Ähm. Das Automatismus. Aber versucht es bitte abzustellen. Gut. Wir gehen jetzt nochmal durch die Situation. Und diesmal ohne sprechen. Jetzt hättest du fast wieder gesagt. Komm Mädchen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wenn sie sich zu sehr aufbaut. Na. Super. Na. Hervorragend. Du bist so genial. Du bist so genial. Du bist so genial. 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 Meine Herren. Ohne sprechen. Kurze Signale. Bom. Auf den Punkt gebracht. Da stehe ich drauf. Darum mache ich meinen Job so gern. Weil es so Menschen gibt wie dich. Die das rumsetzen. Der Hund hat auch weniger Stress. Weil du ihn führst. Super. Sie guckt dich an. Total. Ja. Soll sie auch. Sie soll schauen, was du machst. Und jetzt gehen wir noch ein letztes Mal an Elisa vorbei. Aber jetzt grüßt du die Elisa bitte auch. Okay. Auf geht. Aber du sprichst nicht mit der Hesel. Und ich bin raus aus der Nummer. Ich bin hier hinten. Brauchst du mich nicht mal. Hallo. Unterstützt. Du schaffst es. Du schaffst es. Yeah. 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 Birgit. Birgit. Ohne Elisa. Mega. Mega. Ich bin stolz auf euch. Das hat gut geklappt, oder? Ja. Absolut. Ich habe dich gerade gefeiert. Absolut. Du hast dich richtig gefeiert. Ich habe euch gefeiert. Ja. Ich finde das mega. Das macht mir richtig Spaß. Und ich finde Coaching soll auch Spaß machen. Jetzt irgendwie nur so stupide an dem anderen Hund vorbeigehen. Am besten Leckerchen nur noch reinhauen. Dann hast du plötzlich keine Leckerchen mehr dabei. Und dann stehst du nackt da. Dann kannst du gar nichts mehr machen. Das hat gut geklappt. Ich würde jetzt eigentlich noch mal gerne mit dir ins Revier reingehen und auch in den Reso-Bereich spreche, da wo wir vielleicht ein oder zwei Hunde mal zu uns lassen können. Hast du Bock? Ja. Okay. Ja. Ich auch. Okay. Dann auf geht's ins Revier. Und ihr kommt mit. Wir sind jetzt hier im Revier für Hunde und zwar in dem Resozialisierungsbereich. Ja. Können wir jetzt mal ein oder zwei Hunde dazulassen und schauen, wie reagiert Hazel denn, wenn ein freilaufender Hund auf uns zukommt? Was glaubst du? Was macht ein Mädchen? Mein Mädchen ist dann eine Pottsau. Eine Pottsau? Ja. Okay. Würde ich jetzt mal tippen. Geht sie drauf? Ich befürchte. Offensiv? Defensiv? Offensiv. Offensiv. Ja. Bei kleinen oder bei großen? Egal. Oh, die Antworten sind so schnell und so klar. Ich habe Unterstützung. Die Lisa ist dabei. Die Lisa wird mir jetzt helfen. Bei der Resozialisierung. Wir lassen jetzt mal einen Hund dazu und der kommt hier rein ohne Leine und die Hazel ist an der Leine. Die Birgit wird sich hinsetzen und ich übernehme, weil das ist echt ein richtig schwieriger, wichtiger Moment. Und das traue ich der Birgit noch nicht ganz zu, aber oben auf der Straße hat sie mich schon überzeugt. Vielleicht kann sie jetzt auch hier gleich mal die Hazel übernehmen. Und ich kann jetzt mal im Kino in der ersten Reihe Platz nehmen und mal schauen, was ihr Hund denn so macht, wenn ein anderer Hund kommt. So. Ja, dann gib mir mal einen netten Rüden. Da kommt ein Aussie. Der Benni. Hi Benni. So Leute. Jetzt schaut mal, was ich mache. Ich lasse mal die Leine etwas länger. Nein, nicht begrüßen. Die Hunde komplett ignorieren. Benni, hier spielt die Musik. Achtet bitte mal auf das Verhalten von Hazel. Was sie macht, wenn wir jetzt dem Hund näher kommen. Ich lasse bewusst die Leine länger, damit sie eine Alternative wählen kann und nicht den direkten Angriff sucht. Jetzt muss ich echt aufpassen. Bitte keinen Hund anfassen. Keinen Hund ansprechen. Ich muss jetzt hier wirklich auf der Hut sein. Denn wenn sie versucht zu attackieren, muss ich sie sofort rausnehmen. Guckt man, der ist auch im Gockeln da hinten. Jetzt guckelt sie. 100 Prozent. Achtung. Wusste ich. Jawohl. Genau. Ich will nicht, dass er bei dir rumschmust, weil das könnte sie als Anlass nehmen. Da, jetzt ist sie dich schon, hast du gesehen, guck mal, die ermahnt dich schon, weil er bei dir zu nah war. Das bedeutet, ja, du hast recht, du bist nur ihre Freundin. Das ist so, als wenn dein Mann Andreas, du unterhältst dich hier mit der Lisa und dein Mann Andreas kommt dazu und sagt, hör mal, mit Lisa unterhältst du dich nicht? Hm. Das ist schlimm, wenn ich hier oben so stehe und so spreche, oder? Das macht mir nichts. Ich mache lieber so. Das ist bedrohlich. Ich hätte ja aufstehen können. Hättest du gedacht, dass sie nichts macht? Nein, überhaupt nicht. Ich gehe nochmal hin. Nein, nein, überhaupt nicht, wirklich nicht. Das ist genau das, was ich nicht erwartet habe. Ich gehe nochmal hin. Leute, seht ihr das? Siehst du das? Sie sucht sich die Alternative, einen Bogen. Du musst dich setzen, einfach nur sitzen bleiben. Du darfst heute hier erstmal nur sitzen bleiben und gar nichts machen. Das ist auch mal cool, oder? Nichts machen. Schwierig für mich, ne? Sie wählt die Alternative und läuft den Halbmond, so nenne ich das immer, weil sie keinen Bock auf die direkte Konfrontation hat. An der Leine hat sie gar keine andere Möglichkeit. Sie muss an dem Boden vorbei. Hier wählt sie Alternativen. Darum liebe ich das Revier für Hunde und die Hunde aus dem Revier. Da kann man genau solche Sachen mal mit austesten. Hat sie denn wirklich Bock auf den offensiven Angriff? Anscheinend nicht. Zumindest in dem Fall nicht. Guck sie nicht an. Super Maus, ich darf dich angucken, weil wir zwei sind miteinander verbunden. Ja, kleine Rampensau, du. Ah, Benni. Da, Eifersucht. Schaut euch das an. Da. Jetzt ist sie eifersüchtig. Der Benni kommt zu dir. Jetzt will sie ihn attackieren. Guck. Guck. Das droht sie. Lisa, lockst du den Benni mal weg, bitte? Habt ihr das gesehen? Der Benni geht zur Birgit und die Hesel sagt, hey, das ist meine Birgit. Und wenn der Benni nicht weggeht, dann hau ich dir mal richtig eine rein. Das steht ihr nicht zu. Ja. Das ist nicht ihr Job. Und das ist genau das, was ich auch meine. Das ist eifersüchtig. Natürlich, ich darf ja auch nicht einen anderen Hund streiten. Ja, aber das werden wir ändern. Da brauchen wir. Das ist ein Prozess, ein längerer Prozess. Komm, geh mit mir. Komm. Ja, komm. Mal weg von der Mama, du bist ja schon erwachsen. Und Benni immer noch angreifen. Nee, Benni nämlich nicht angreifen, weil er ja im Moment nicht in der Nähe von Mama ist. Denn Benni kannst du raus tun, bitte. Und wir holen jetzt mal einen anderen Hund. Aber die Hesel will die ganze Zeit die Birgit kontrollieren. So, ne, Junge, Junge, Junge. Mal schauen, wie ist beim nächsten Hund. Jetzt kommt ein Mädel. So. Super, Schatz. Raus aus der Situation. Tschaka. 1-0 für mich. 1-0 für mich. 1-0. Aber erst 1-0. Ja, ja. Wälz dich mal. Das ist übrigens eine Übersprungshandlung. Sie ist aus der Situation raus, aus dem Stressmoment. Und jetzt muss man sie erst mal wälzen, um zu zeigen, oh, ich habe es geschafft. Ist auch anstrengend. Also ein Hund, der ständig Stress mit Artgenossen haben möchte, der hat ja auch Stress mit sich selber. Der fühlt sich nicht wohl in dieser Rolle, ne? Jetzt geht die Luna gleich rüber zur Birgit. Schaut mal. Schaut mal. Jissel, das ist nicht dein Job. Sie will die Hündin attackieren, weil die zu dir kommt. Guck mich an. Also ich will dir helfen. Ah, direkt so dieses, hast du meine Mama angeguckt? Ne, habe ich gar nicht. Och, du hast wohl meine Mama angeguckt. Hm, hm, hm. Komm. Komm mal. Äh, äh, äh. Äh. Das ist ein Fortschritt. Riesenfortschritt. 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 Sehr schön. Super. Super. Ah, ja, schüttel das mal ab'n' feine Maus. Super. Super, Schatz. Machst, das machst du toll, mein Mädchen. Oh. Muss mich auch mal, muss das abschütteln. Jetzt pieselt die Hündin dahin. Ja. Guck mal, was sie will. Sie will sofort dahin gehen, um was zu machen. Drüber pinkeln und gockeln. Das lasse ich jetzt nicht zu. Der nächste Rund für Hazel, für uns, für Birgit, nämlich der Henry. Äh, super. So, Fortschritt. 2-0. 2-0 für mich. 2-0. 2-0 für mich. Sie ist dem Stress der Begegnung aus dem Weg gegangen. Jetzt möchte sie da wieder hinpinkeln, wo eben die Hündin ihn gepinkelt hat, habe ich euch ja gesagt. Und jetzt ist sie aber gerade dem Henry aus dem Weg gegangen. Hat mich auch angeguckt, hat mich gefragt. Was soll ich machen? So, darf ich da hin gehen? Darf ich nicht da hin gehen? Ich gehe mal ein bisschen näher. Super. Super. Und immer wieder dich kontrollieren. Und auch, sie braucht eigentlich auch deine Energie, um Stress zu machen. So weit seid ihr in eurer Beziehung. Aber, das wird alles seine Zeit brauchen, ne, mein Schatz. Ja, mein Engelchen. So. Aber, das sieht doch ganz gut aus, ne? Ich gehe doch mal zum Henry. Okay. Schön. Schön. Sehr schön. Hallo, Stinker. Hallo, mein Schatz. Hey. Hallo, Stinker. Hallo, mein Schatz. Sie tun? Mein Schatz, sie brav. Henry, was bist du denn für ein Kleiner? 3-0 für mich. Machst du super, Maus. Machst du ganz toll. So ist das super. Du bist auch eine Knutschkugel, ne? Ja. So macht ihr das toll. Was man hier braucht, ist wirklich die richtige Energie und auch den richtigen Moment, wann man bestimmte Dinge zulässt und wann man bestimmte Dinge eingrenzt. Also hier erlaube ich mir jetzt einfach mit beiden Runden in den körperlichen Kontakt zu gehen, weil ich die Erfahrung habe auch. Darum lehne ich mich relativ weit aus dem Fenster. Also, ne Maus, super macht ihr das. Der Henry und die Hazel. Tolles Mädchen, ne? Hm, toller Junge. Super. Und so geht sie raus aus der Situation, ohne Stress zu haben. Und damit beenden wir dann auch heute, weil man sollte immer positiv beenden. Ich frage die Birgit aber nochmal, wie sie sich fühlt. Komm, bitte. Darf ich? Ne, du darfst sie nicht anfassen. Okay. Du hast ja nichts mit ihr gemacht. Ja. Ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Gut. Gut? Ach, Triggo. Okay. Ich freue mich für sie. Ja, das weiß ich. Sei nicht enttäuscht über dich. Heute nicht. Heute nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wirklich. Das war wirklich gut. Das war absolut gut. Ich kann das. Du brauchst nur Zeit. Und du kannst das auch. Und du brauchst nur Zeit. Wichtig für euch ist, dass ihr wirklich weiterhin beim Coaching darauf achtet, dass du die richtige Energie, die richtige Ausstrahlung hast. Du musst positiv in die Sachen reingehen. Du musst lächeln. Du musst Spaß haben. Du musst beim Spaziergang die anderen Leute grüßen, selbst wenn sie ausflippt. Versuch, ins Gespräch zu gehen. Versuch auch zu erklären, dass dieser Hund eben die Erfahrungen gemacht hat, die ihn jetzt dahin bringen, dass er versucht, Artgenossen anzugreifen. Lebe aber auch jetzt in Zukunft damit, dass du das, was du heute gesehen hast, auch könntest, wenn du die Geschichte nicht hättest. Die Geschichte existiert nur in deinem Kopf. Darum brauchst du Souveränität, Klarheit, klare Signale. Hör auf, deinem Hund zuzutexten. Setz Grenzen, gib ihr Freiheiten. Ich habe ja heute auch Grenzen gesetzt. Ich habe aber auch die Freiheit gegeben, jetzt mit Hunden in Kontakt zu gehen und erwarte nicht so viel. Weder von dir, noch von deinem Hund. Das ist immer das große Problem. Die Erwartungshaltung an uns und an unsere Hunden. Ich glaube sogar eher an mich selber als an sie. Du brauchst dich nicht zu beeilen. Alles braucht seine Zeit. Ich fand, das war heute ein mega genialer Termin. Ihr habt das super gemacht. Beide draußen auf der Straße, die Laienbegegnung. Das hat mich total überzeugt und mir auch gezeigt, dass du Bock hast und dass du das kannst. Und Hesel braucht einfach ein bisschen Zeit, um eben mit bestimmten neuen Situationen umgehen zu können. Wir sehen uns ja sowieso die ganze Zeit weiter, ob mit mir oder mit der Lisa. Du bleibst ja im Coaching. Super, bleib dran. Habt ihr toll gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Ich bring dich noch aus. Alles klar. Bis. 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 Bis.